Onkel, da werden ja Kindheitserinnerungen wach. Ja, hier in diesem Krankenhaus habe ich vor knapp 30 Jahren gearbeitet. Sie haben auch diesen Mielke hergebracht. Er war da ein bisschen abidabbi im Köpfchen. Aber er wurde dann wieder. Nach der Verurteilung. Aber ich liebe euch doch alle, sagte er in Hausschuhen. Im Zentralkomitee. Mann, ist so lange her. Onkel, guckt doch nicht nach hinten. Kickt doch nach vorne. Ja, Mann. Naso besucht. Krankenbesuch erledigt. Zentrovital einkaufen. Kauft doch ein paar italienische schöne Fresssachen ein. Ja, Mann. Fresssachen. Was machst du am Wochenende? Bist du nicht zu Hause bei den Töpfen? Nee. Muss Schlossparkklinik Naso besuchen. Sie hatte sich die Schlumpfung geholt. Und jetzt müssen wir mit den Folgen irgendwie klarkommen. Also Krankenbesuch. Die Schlumpfung. Vielen Dank.